Herzlich willkommen zurück bei Hashtag Happylist, der Podcast, wo es um deine Glücksliste geht, um das, was du im Leben erreichen möchtest und was dir auch zusteht. Heute geht es darum, dass ich dir ein bisschen mehr wieder aus meinem Leben erzähle, und zwar der nächste Schritt, nachdem ich mit 16 das erste Mal selbstständig war, habe ich mit 21 meine erste Firma gegründet. War eine Schnapsidee, aber hat sich herausgestellt, es war die beste Schnapsidee, die ich jemals hatte. So, da erzähle ich dir kurz alles darüber, was du wissen musst. Ich habe, wie du weißt, mit 16, war ich das erste Mal als Zauberkünstler selbstständig und habe da gelernt, was mein Talent ist und dass ich was wert bin und dass ich was sozusagen, dass ich Menschen verzaubern kann, dass ich einfach da viel Gutes in die Welt bringen kann. Deswegen mein Appell an dich, such dein Talent, mach daraus deine Leidenschaft, zieh es dann auch durch. Und wenn es nur nebenberuflich ist, ich wünsche dir einfach, dass du damit glücklich wirst. Ich habe also danach mein Abitur gemacht, habe mir das mit der Zauberei alles finanziert, was ich da so haben wollte und habe dann entschlossen, dass ich meinen Zivildienst nach dem Abitur in Köln mache, habe meinen Zivildienst in einem Altenheim gemacht, habe da im Restaurant gearbeitet und das war eine großartige Zeit. Und danach stand ich aber vor der Frage, was machst du jetzt mit deinem Leben? Ich war in Köln, wollte nicht wieder zurück nach Kassel, wo ich eigentlich geboren bin und stand vor der Frage, studierst du jetzt, machst du eine Ausbildung, machst du ein Praktikum, was auch immer. Also es war so die Frage, was kommt jetzt als nächstes? Und ich habe mich aus so einem Schnaps-Ideereflex heraus dafür entschieden, meine erste Firma zu gründen. Ich war Zauberkünstler, habe damals auch viele Jobs als Zauberkünstler gemacht, auch sehr gut bezahlt und habe dann überlegt, das müssen noch viel mehr Menschen können. Was lag also näher, als die erste öffentliche Zauberschule Kölns zu gründen? Ich habe also mit 21 und wirklich fast keinem Geld auf dem Konto, auch keine großen Unterstützungen, ich hatte keine Familie, die mich groß unterstützt, ich hatte keinen Geldgeber, ich hatte keinen Vitamin B, aber ich hatte den Traum davon, dass ich mein eigener Chef sein wollte, dass ich eine Firma gründen wollte und ich wollte, dass viele Menschen zaubern lernen, um das als Grundlage zu haben, was ich hatte als Kind, was mir all das ermöglicht hat und habe eine Zauberschule gegründet. Jetzt kam mir entgegen, dass genau in dem Jahr, das war 2001 nach dem Zivildienst, kam ein Harry-Potter-Film raus, ein halbes Jahr später das neue Buch, ein halbes Jahr später wieder der neue Film, ein halbes Jahr später wieder das neue Buch und so ging das immer abwechselnd hin und her, über fünf Jahre fast. Und die Bude war komplett ausgebucht. Ich musste sogar meine ganzen Freunde zu Zauberlehrern machen, damit wir überhaupt diesem Andrang an Kunden standhalten konnten. Und das Coole, was mir damals gar nicht bewusst war, was ich jetzt im Nachhinein bei Interviews immer gefragt werde, ist, wie hast du das promotet? Weil ich hatte gar kein Geld. Ich hatte kein Geld für, es gab damals auch keine große Facebook-Werbung, das gab es alles nicht, es war 2001. Ich hatte eine Website, die war fancy, die hat mir ein guter Freund gemacht, mein bester Freund mit Flash, da hat sich alles bewegt. Das war eine wunderbare Website ihrer Zeit voraus und das war echt ein Online-Business, weil ich habe diese ganzen Leads und diese ganzen Anmeldungen alles über Online gemacht, als es das eigentlich noch gar nicht gab. Ich fühle mich da so ein bisschen wie ein Pionier und wie ich das gemacht habe, erkläre ich dir hier, weil das ist die Frage, die immer jeder stellt. Und auch das unterstützt so eins dieser Prinzipien in meinem Leben. Ich liebe Online-Marketing und ich glaube, dass man sich mit Online-Marketing wahnsinnig viel ermöglichen kann. Ich nutze das jeden Tag und auch das, was ich hier mache, ist natürlich eine Form von Online-Marketing. Egal, ob du meinen Podcast jetzt hier gerade online siehst, als Video oder ihn hörst über die gängigen Plattformen, ob du über meine Website gekommen bist, uwe-von-grafenstein.de, wo du alle meine Kanäle findest, die online sind und die mein Marketing unterstützen, ist es vollkommen wurscht. Egal, wie Menschen auf mich online aufmerksam werden, ich ziehe sie danach sofort ins echte Leben. Und ich glaube, das ist die Stärke. Und auch das habe ich gemacht bei meiner Zauberschule und das kannst du hier mitnehmen. Wenn du Online-Kontakte knüpfst, ist das toll, aber Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Mir hat mal ein Mentor gesagt, einmalige Geschäfte sind wertlos, wenn du wiederkehrende Geschäfte mit den Menschen machst, das baut wirklich ein Reichtum auf. Und eben nur zwischen Menschen. Also, selbst Kunden, die Online-Produkte von dir kaufen, wollen dich irgendwann mal fühlen, wollen dich spüren, wollen vielleicht mal zu einem Vortrag von dir kommen, zu einer Keynote, wollen dich mal anfassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das haben wir gemacht mit der Zauberschule. Damals gab es Kinopremieren im Grunde genommen. Die waren um halb sechs morgens, damit die Kids, die noch Harry Potter sehen wollten, in den Kölner Kinos das sehen können, morgens bevor sie zur Schule gehen und schon da über den neuen Film reden können. Schlaue Idee von den Kinoverleiern. Also waren dort überall Kids im Grundschulalter und im Gymnasialalter mit ihren Eltern, haben sich dies angeschaut. Und als sie rausgekommen sind, stand ich mit all meinen Freunden, komplett mit Zylindern und Umhängen und bedruckten T-Shirts. Und wir haben geflyert mit weißen Handschuhen, mit Zauberhandschuhen, haben denen die Flyer in die Hand gedrückt. Und ihr macht euch keine Vorstellung, diese Zauberschule war ausgebucht mit Kids. Als wir die ersten Kids-Kurse durch hatten, die ersten Jugendkurse durch hatten, kamen plötzlich die Papas und haben gesagt, bieten sie eigentlich auch einen Close-Up-Kurs an, so mit Karten und Münzen und Geldscheinen. Also haben wir gesagt, na klar, der Markt hat danach gefragt, wir haben es angeboten. Als diese Kurse das erste Mal durch waren, kamen die Mamas und haben gesagt, bieten sie eigentlich auch Jonglierkurse an und so Luftballon modellieren. Ich habe gesagt, natürlich machen wir das. Also, als würden wir es schon tun. In Wirklichkeit haben wir den Kurs aus dem Boden gestampft, weil die Nachfrage da war. Weil echte Menschen ein echtes Bedürfnis hatten, irgendwie auf uns zugekommen sind, uns online gefunden haben, sich gemeldet haben oder wir uns zurückgemeldet haben und die ins echte Leben geholt haben, gefragt haben, was sind eure echten Bedürfnisse. Die Leute wollen zaubern, die Leute wollen verzaubern. Ist doch klar, jeder will gerne im Mittelpunkt stehen. Zauberei gibt dir genau die Mittel dafür, dass du das auch kannst. Parallel lernst du dich zu präsentieren, zu sprechen. Du stehst im Mittelpunkt, du bist der Superheld. Wie cool ist denn das bitte? Also, die Leute waren bei uns. Wir haben mit nahezu 0 Euro Marketingkosten diese Firma zum Fliegen gebracht. Wir waren Marktführer in Köln. Aus dem Nichts, im ganzen Kinder- und Jugendweiterbildungsangebot, all solche Kurse etc. Es gab Zauberschulen, die das probiert haben zu kopieren. Keiner hat das geschafft. Das Ganze war die Magic Academy Cologne. Ich habe am Ende diese Firma verkauft und sogar auch die Domain noch einzeln weiterverkauft, weil das alles so wertvoll war und aufgeladen war. Und das war fünf Jahre lang mein Start ins echte Unternehmertum. Vorher war ich selbstständig. Mit 21 war ich Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber. Und ich war natürlich komplett grün um die Nase, gell? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe diese Firma gestartet, habe einen Mietvertrag unterschrieben für die Schulungsräume, ohne dass ich die Kaution auf dem Konto hatte. Aber das, und das ist auch ein Learning, was ich dir mitgeben möchte, mach manchmal einfach. Ich glaube, Richard Branson hat doch gesagt, wenn dir jemand eine großartige Chance bietet, denk nicht drüber nach, fang einfach an und lern später, wie man es macht. Ich prüfe jedes Angebot, denn es könnte das Angebot meines Lebens sein. Einer der besten Sprüche. Ich glaube, Henry Ford hat den gesagt. Es ist ein Credo, nach dem ich lebe. Ich glaube, Credo ist eins meiner Lieblingsworte in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, wann ich jemals in meinem Leben so oft Credo gesagt habe. Kommen wir zu der guten Frage, die ich heute nicht wusste. Sagt mal bei zwei Credos schon Credi. Also wenn ihr mir das beantworten könnt, bitte hier Nachricht schreiben, mir das beantworten. Dafür sind meine Lateinkenntnisse nicht gut genug. Ich habe das zwei, drei Jahre gemacht und dann abgewählt. Also vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Mach einfach manchmal. Nicht nachdenken. Es gibt diesen Spruch, dumm fickt gut. Also ich will hier nicht ordinär werden, aber es gibt noch einen besseren Spruch, der heißt, Frauen lieben 19-jährige Männer, weil die wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Also mal drüber nachdenken. Was kannst du einfach mal machen? Was soll schon passieren? Du hast dieses eine Leben. Zieh es doch einfach mal durch. Ich war damals grün, hinter den Ohren, rund um die Nase. Ich wusste gar nichts. Ich habe einfach mal gemacht und habe gelernt auf dem Weg. Und als dann Kurse nachgefragt wurden, habe ich die gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Marketing. Ich habe es einfach mal gemacht. Habe später noch mal PR und Kommunikation dazu gelernt. Aber all das war auch sehr spannend. In diesem Studium habe ich dann Dinge gelernt, die ich eigentlich sowieso schon gemacht habe. Hör auf dein Bauchgefühl. Hör mal auf deinen Kopf und auf deinen Bauch. Du weißt schon ganz viel. Und Unternehmertum heißt ja eigentlich auch nur, ich kriege jeden Tag ein neues Problem serviert und das muss ich irgendwie lösen. Ich suche Lösungen für Probleme, die noch keiner vor mir hatte, weil nur ich diesen Weg gerade gehe. Aber nur so hinterlasse ich eben auch eigene Spuren im Sand. Das waren meine Spuren. Das waren meine fünf Jahre Zauberschule. Das war eine fantastische Zeit. Davon zehre ich heute. Ich habe zum Spaß mit meiner Frau hier ein Side-Business gegründet in München in 2018. Ende 2018. Wieder eine Zauberschule. Meine Frau macht die Vermarktung. Ich mache die Zauberkurse. Die Kurse laufen fantastisch. Wir sind hier konkurrenzlos in München. Es gibt nicht einen, der das hier anbietet. Und wir sind innerhalb von vier Wochen bei Google auf Platz sechs gerankt worden. Aus dem Stand, aus dem Nichts. Obwohl es da mal früher Konkurrenz gab, die viel, viel früher vor uns gestartet ist und jetzt aber wieder eingeschlafen ist. Aber auch das ist die Macht von Online-Marketing. Wenn du relevant bist, dann gehst du nach oben. Egal, jeder probiert dir zu erklären, wie der Instagram, der Facebook-Algorithmus funktioniert. Der Google-Algorithmus. Es ranken sich die größten Mythen darum. Ich kann dir sagen, es ist wurscht. Mach dein Ding. Haus jeden Tag raus. Erzähl die gleichen Wahrheiten, an die du wirklich glaubst und die du belegen kannst mit deinem Leben, mit deinen Erfolgen, mit dem, was du weißt und erlebt hast. Und dann kommt der Erfolg online automatisch. Und dann kommt er auch offline automatisch, wenn du verstehst, dass du mit Menschen arbeitest und Online-Kontakte zu Offline-Kontakten machen musst. Also, fang an, deine Geschichte rauszuhauen. Fang an, deine Wahrheiten rauszuhauen. Das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Alles, was ich dir erzähle, ich glaube daran. Ich habe es erfahren. Ich habe es geprüft. Ich kann es wieder nur wiederholen. Hör nur Menschen zu, die das haben, was du noch nicht hast oder die das schon wissen, was du noch nicht weißt. Ich gebe hier nur Sachen raus, von denen ich weiß, wie sie laufen. Ich sage dir auch ganz ehrlich, wenn ich die Mehrzahl von Credo nicht kenne, ich kenne den Plural von Credo nicht, du vielleicht. Aber das sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich erzähle nur Dinge, die ich selber erlebt habe und selber belegen kann. Und da bin ich offen. Und da will ich deine Nachfrage. Und da will ich deinen Erfolg. Für dich, für deine Happy List. Ich will, dass du alle deine Dinge abhackst, so wie ich das machen darf. Es gab auch Scheißzeiten, gar keine Frage. Es gibt auch eine Sad List. Wir haben harte Sachen überlebt. Auch das werde ich hier in diesem Podcast erzählen. Also wirklich überlebt werden. Fiese Herausforderungen. Aber mit ein bisschen Zauberei kriegt man auch das hin. Und da glaube ich fest dran. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Du weißt, du findest alles von mir auf meiner Webseite uwe-von-grafenstein.de. Jetzt geh mal raus. Überwinde dich. Lass mal deinen Bauch entscheiden. Meinen Kopf habe ich damals ausgemacht bei der Zauberschule. Es hat sich so ausgezahlt. Danach habe ich weitere Firmen gegründet. Aber das war meine Übung. Das war meine Übungszeit. Es gab kein großes Risiko. Aber es hat die Grundlage dafür gesetzt, dass ich danach große Firmen mit Millionen umsetzen, mit 180 Mitarbeitern, mit großen, großen Projekten weltweit gründen durfte. Und das kannst du auch. Da bin ich 100% sicher. Und wenn du es noch nicht kannst, melde dich bei mir. Lass uns mal Kontakt aufnehmen und gucken, ob du nicht ein Business hast, was du eigentlich noch viel größer fahren kannst. Also, ich freue mich auf deine Nachricht. Mein Credo und meine Überzeugung ist es, ich mache Menschen erfolgreicher, als sie es waren, bevor sie mich getroffen haben. Und das gilt auch für dich. Viel Erfolg. Und das gilt auch für dich.